Liebes Publikum online, in dieser doch recht schwierigen Zeit ein Gruß aus meiner Isolation in die Eure. Nämlich eine Rezitation, aufgenommen in meinem Arbeitszimmer in Alpbach im Tiroler Unterland. Und zwar ein paar Passagen aus dem Roman Gemma Habibi. Letztes Jahr war Ullstein erschienen. Die Geschichte zieht sich vom syrischen Kurdistan über Wien bis nach Ghana. Und sie hat sehr viel mit Boxen zu tun. Die österreichische Amadeurbox-Szene bildet den Hintergrund für die Romanhandlung. Im Folgenden nun ein paar Passagen aus Kapitel 1 und Kapitel 9. Links, rechts. Simon bandischiert meine Hände. Führt das rote Band abwechselnd ums Gelenk und zwischen den Fingern hindurch. Fest genug, um Schutz zu sein für die Knochen unter der Haut. Langsam, gewissenhaft. Er hält seine Augen auf meine linke, meine rechte. Ich weiß, dass in seinem Blick eine besondere Zärtlichkeit liegt. Er dippt mir auf die Schulter und zur Antwort vor mich eine Faust. Es ist ein stummer, einzig aus Berührung bestehender Dialog. Er kontrolliert sein Werk, blickt hoch. Keine Zuneigung mehr in seinen Augen, nur Kalkül. Mit diesen Augen wird er gleich in der Ecke stehen. Du machst ihn fertig, kein Problem, sagt er und zieht meinen Kopf zu sich, Stirn an Stirn. Er sagt, du hast Herz, Junge. Alter Boxer, sprich, dein Herz, mein Herz. Vor jedem Kampf eine Anrufung dieses besonderen Organs. Metapher für Willen oder Irrsinn. Was auch immer dich selbst gegen einen übermächtigen Gegner durchhalten lässt. Eine Litanei, die in jeder Umkleide, jeder Mehrzweckhalle millionenfach geflüstert. Oder raus posaunt wurde vor jedem Fight, der je zwischen hier und Kapstadt oder Reykjavik stattgefunden hat. Der Raum ist erfüllt von entzischenden Atemstößen, Schattenboxen der Gestalten. Österreichische Staatsmeisterschaft, 2015, Finaltag. Aus dem Saal trinke Schrei, wegen eines Kurs vielleicht, dessen Anblick das Publikum von den Plätzen gerissen hat. Alle horchen auf. Auch Simon hält inne, sagt, Christine ist gerade dran. Als ich zu boxen anfing, bläute sie mir das Wichtigste ein. Mich bei einem Angriff nicht wegzudrehen, die Augen auf den Gegner zu halten und ständig eine Faust zur Deckung am Gesicht. In ihrer ruhigen Art wies sie mich auf jeden schlampigen Schlag oder Schritten. Als ich sie das erste Mal bei einem Turnier sah, überraschte mich die jagende, halsbrecherische Kampfweise, die sie innerhalb der Seile zeigte. Hoffentlich bedeutet das Schreien nicht, dass sie am Boden liegt. Jetzt, mit bandischierten Händen, ist es definitiv und unausweichlich. Nervosität, Vorfreude, kripplige Mischung, mein Körper muss warm werden, mein Kopf kühl bleiben. Jemand fährt aber von hinten durch die Haare, es ist Zett, ganz aufgeregt. Mann, zeig wie gut du bist, sagt er. Zett kann dich ruhig bleiben, keine Chance. Nicht jetzt, nicht, wenn er selbst unbedingt in den Ring will. Er läuft Idris entgegen, ruft. Bruder, ich wär heiß auf die Schuhe. Idris hat Kopfhörer auf, bekommt nichts mit. Sein Oberkörper wippt, seine Fäuste teuten Schläge an. Simon sieht Zett nach, sagt, der ist wie ein junger Hund. Mit Fingerspitzen schmiert er Vaseline auf meine Stirn, das Nasenbein, die Wangenknochen. Die mit einem tausendsten Adrenalin versetzte Salbe hilft, allfällige Blutungen zu stillen. Bleib in Bewegung, sagt er. Ich hol dir was zu trinken. Ich spiel und schlag die Playlist durch. Beispielsweise, Chab, rechte auf den Solarplexus, linke Haken, abtauchen nach links und gerade links rechts. Und das zu Psycho-Killer von Talking Heads. Simon hatte mir einen Zettel zugesteckt. Darauf notiert mehrere Varianten, jeweils ein Lied samt Schlagfolge. Beispielsweise, erstens, tanze Samba mit mir von Tony Holiday. Danze Samba mit mir. Danze Samba die ganze Nacht. Danze Samba mit mir. Chab, punch, chab, chab, punch. Weil der Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Leber, Milz, Appa. Täglich mehrere Durchgänge. Erst Schattenboxen, danach nur im Kopf. Ich hatte den Zettel überflogen. Variante 5 an der schönen blauen Donau von Johann Strauss. Ernsthaft, fragte ich, muss das sein? So was kennst du seit deiner Kindheit. Der widerte Simon, ob du willst oder nicht, Walzer hast du im Blut, schlag auf den dritten Takt hart zu. Hab mal einen Armenier trainiert, erzählte er, dem ich die Schlagfolgen anhand der neuen deutschen Welle beibringen wollte. Funktionierte überhaupt nicht. Ich kam nicht drauf, woran es lag, bis ich bemerkte, dass sein härtester Schlag immer auf den zweiten Takt gesetzt war. Er hatte ein anderes Taktgefühl. Klar, war ja in Armenien mit anderer Musik aufgewachsen, hätte mir auch früh auffallen können und ich musste meine Vorgaben an Rhythmen wie Kacadurians Säbeltanz anpassen.